Vor kurzem hatte ich ein kleines Heftchen in den Fingern und da drin habe ich ein Gedicht gelesen, vom Wolf Dietrich Schnurre. Ich will es jetzt auch gleich vorlesen. Ich war vierzehn, da sah ich im Holunder aß eine Amsel von den Bären der Dolde. Gesättigt flog sie zur Mauer und strich sich an dem Gestein einen Samen vom Schnabel. Ich war vierzig, da sah ich auf der geborstenen Betonschicht wuchs ein Holunder. Die Wurzeln hatten die Mauer gesprengt. Ein Riss klaffte in ihr, bequem zu durchschreiten. Mit splitterndem Mörtel schrieb ich daneben, Tat einer Amsel. Ich weiss nicht, ob das Gedicht so tatsächlich passiert ist, dass eine kleine Tat einer kleinen Amsel eine solche Wirkung hatte. Fest steht, der, der das Gedicht geschrieben hat, hat erlebt, wie man 1961 in Berlin zimitzt durch die Stadt hat eine Mauer gestellt, die Berlin in Ost und West geteilt hat. Zum Teil zimitzt durch Verwandtschaft und Familie durch. Ob er recht zu dem Zeitpunkt schon davon geträumt hat, dass ein kleines Samen von einem Holunder aus dem Schnabel von einer Amseln die Mauer wieder wird sprengen, die so unbarmherzig trennt. Ich weiss es nicht. Aber ich merke, das Gedicht lenkt meinen Blick auf die unscheinbare kleine Tat einer Amseln. Die Amseln, denke ich jetzt einmal, hat nicht einen grossen Plan schon gehabt. Nicht eine grossartige Idee, was sie jetzt da mit ihrem Schnabel und dem Sämli da drin macht. Sie hat es einfach gemacht, ganz unscheinbar, vielleicht sogar unbewusst. Und der Dichter stellt irgendwann staunend fest, die Mauer ist gebrochen durch eine unscheinbare Tat vor einer Amseln. Ich weiss manchmal nicht, ob bei mir die grossen Taten oder ob bei dir die Sachen, wo du vielleicht stolz bist in deinem Leben. Einmal die Sachen werden sein, die gross werden sein. Vielleicht sind es einmal nur die ganz kleinen Sachen. Ja, vielleicht weisst du nicht einmal, dass du etwas gemacht hast, was heute eine grosse Wirkung hatte. Eine kleine, unscheinbare Tat. Ein gutes Wort zwischen Tür und Angel. Oder vielleicht hast du mal jemanden in einem Szenen-Nötchen wieder aufgelesen, der ihm gerade in Schachung kam. Wer weiss, die Geschichte dieser Amseln macht mir Mut, dass jede kleinste Tat, auch die unscheinbarste, grosse Wirkung hat. Jesus will, für ihn nachdem da angenehm quand das Hauschen ди Und das in der Tatort ist durch und solltend dich Am��klarin der Tatort gibt es in der Tatort, und ich glaube, dass die paar unverständlich dato suche, weil ich tear Trailer dort Ancient